hallo so hier ein neues video auch von der polizei aber hinten ist die feuerwehr nur nur zum schöneren dass da eine wache ist ich hab die noch nicht aber vielleicht brauche ich eine so und dann geht es jetzt weiter ok lasst uns hier mit dem feuer aber zuerst müssen wir noch einkaufen ok warte ich mir mein einkaufskauf mit mein portemonnaie nehme ich auch gleich mit so ich hab ihn wo ist denn das portemonnaie das muss ich noch mal kurz suchen so in der zeit wo es gerade gesucht wird so jetzt habe ich es gefunden ok dann gehen wir raus kommt ihr nicht doch wir kommen zu warum das hier auf dem boden immer so blatt ist ok wir kommen jetzt raus ich bin der erste ok ich mach die zimmer auf die zweite ich bin dritte ok ich bin dritte ich bin dritte ich bin dritte Ich habe das Held von der Einkaufskurve und zählen Kinder. Okay, dann warte ich noch, bis sie eingestiegen sind und dann können wir losfahren. Dann fangen wir jetzt mal zum großen Supermarkt. Hey, lass uns doch hier rein. Kiiiih! Ich sitze hier oben auf dem Stuhl. Ich muss mir hier zuerst am Wassbecken die Hände wassen. Ich denke hier oben ist es doch auch so witzig. Ah, Kiiiih! Ich bin aus Versehen auf den Knopf dran gekommen. Hm, Kiiiihihi. Okay, aber jetzt nicht. Ich setze mich hier oben in der Außengal. Bist du dir sicher, dass du da nicht mehr sofort runterfällst? Okay, jetzt. Bereit? Okay, ich fahre los. Ah, da sind sie. Ich muss jetzt mal kurz raus machen. Okay. Das geht. Okay. Los, steigen in die Station. So dunkel. Ich mach noch. Aha. Okay. Ich bin hier. Ich bin hier. Habe ich doch gesagt, dass ich hier nicht runterkomme. Ja, aber wenn ich runterkomme, würde ich runter springen, oder? Achso, den Korb. Der letzte, aber der packt den Korb an. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Kommt. Kommt. Ich bin hier. 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 Immer wieder muss ich das umkippen. Ich rufe ein. So. So, das muss halt so seitwärts, so und dann geht es schon ab in unsere Hammerhalle. Was ist hier eigentlich, dass ich hier mal rumkomme? Achso, das ist in den Bürgersteig. Ist da drüber? Ja, hopp, hopp. Was ist denn hier oben los? Ist da irgendwas am Klick? Okay, hier ist der große Supermarkt. Tür öffnen. Und rein. Reinspaziert. Hihihi. Immer wieder der Bürgersteig so rutsig. Aber gleich hier drinnen ist es cool, ganz schön cool. Ah, die Treppe ist so ein bisschen. Aua. Wackelig. Entschuldigung. Könnt ihr das mal an der Kasse erzählen? Hallo, Entschuldigung. Die Treppe, die ist so wackelig. Okay, ich bin auch drin. Äh. Naja, ich bin auch schon gespannt, was ich für die Ferien kaufen kann. Aber gut, dass es auch Schulferien gibt, die wir jetzt auch gerade haben. Oh, oh, da stürzt dabei. Ach, das lässt sich aber wieder aufbauen. Drehen. Komm, sonst werden wir auch rausgestürzt. Nochmal. Warte. Einer nach dem anderen. Und da ist das Blumenkohle runtergefallen, oder was ist das nicht lange? Naja, weiß ich nicht, wie man das ist, aber es ist an seinem Platz runtergefallen. Okay, wieder an seinem Platz. Okay, dann um, um, wir brauchen Eier, wir brauchen... Wieso ist das hier eigentlich so schwer? Die Platte fällt gleich, oder? Sauglich und bauglich. Okay. Ich komme. Das ist schon. Okay, wir brauchen von hier... Brauchen wir... Okay, jetzt kann ich zugreifen. Oh, das sieht wirklich aus. Oh, das sieht wirklich aus. Ja, die werden... Ich habe bisher gesagt, die werden das morgen umtauschen. Hihihi, jetzt habe ich die Beute. Hey, der hat was geklaut. Polizei! Anrufen! Schnell! Oh, ich zeig das schon. Okay. Komm. Dann kontrollieren wir gleich lionessen. 1, 2, 3... Dann wollen wir ihn. Machen wir das jetzt ein bisschen aus... Ist das lange mir schon alles. Das soll das jetzt auch Growing politisch sein. Okay, bitte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Joach, zupełnie reuniion! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. One, two, three, you gotta run back to me. One, two, three, you gotta run back to me. And all. Oh, Polizei. One change people. Mischt. Wo ist mein Portemonnaie? Keine Sorge, unten steht die Polizei. Sieh da aus dem Fenster. Ähm, wie willst du da oben sehen? Einfach draufklettern. Das war ein Rückwärts-Alto. Oh, nee, meine Heifen. Ah, jetzt muss doch ich. Nicht schon wieder. Die sind Portemonnaie. One, two, three, you got one back. Das sieht nicht gut aus. Okay, was wollten wir noch kaufen? Eier. Eier wollten wir noch kaufen. Wir wollten Milch kaufen. Okay. Wir wollten noch Marmelade. Okay, ich gehe schnell nach unten. Hier habe ich eine. Okay, ich schneide da mit nach oben. Hier habe ich eine Marmelade. War ich die überhaupt in den Korb? In den Korb? Okay, das war alles. Ist nur noch bezahlen. Wir warten, bis die Polizei unser Portemonnaie bringt. Ich warte hier. Der Alte. Da kann sich auch was gefasst machen. One, two, three, you got one back to me. Okay. In der war. Reicht mir. Warte. Okay. Hier haben wir. Okay. Jetzt hier ein Täter. Was brauchst du hier? Wir bleiben jetzt hier. Okay, danke. Ende. Ja.